Herzlich willkommen zu einer kurzen Einführung zur Bildschirmaufzeichnung mittels PowerPoint Teil 2. Sie können nicht nur Ihre Präsentationen im PowerPoint aufzeichnen, sondern darüber hinaus auch Ihren gesamten Bildschirm aufzeichnen und zur Verfügung stellen. Öffnen Sie dazu PowerPoint. Bei der Registerkarte Einfügen finden Sie die Funktion Bildschirmaufzeichnung. Klicken Sie darauf. Es öffnet sich ein kleines Dialogfenster. Sie können hier wählen, ob Sie den Mauszeiger aufzeichnen möchten, eine begleitende Audioaufnahme aufnehmen möchten und können bestimmen, welchen Bildschirmausschnitt Sie aufzeichnen möchten. Wenn Sie die Maus in den oberen mittleren Bereich bewegen, sehen Sie während der Aufnahme das Dialogfenster wieder und können die Aufnahme pausieren oder beenden. Beachten Sie aber, dass das Dialogfenster dabei mit aufgezeichnet wird. Alternativ können Sie die Aufnahme mit der Tastenkombination Windows, Umschalt und Q beenden. PowerPoint stellt die Bildschirmaufzeichnung so zur Verfügung, dass Sie diese direkt in eine Präsentation einbauen und als PowerPoint-Datei speichern können. Oder aber Sie exportieren die Aufnahme als Video. Wählen Sie dazu den Reiter Datei und Exportieren und danach Video erstellen. Wählen Sie die Qualität und speichern Sie das Video als MP4-Datei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Tipp! Musik